konny hat noch kc das passt okay zum glück so ich was du geh ich die pleite warum gehe ich denn pleite weil ich statt zu arbeiten nur noch streamen kann oder was so gibt dir das gibt dir das mario ich hab den pflanzen und das ging fix was ja wenn es im rolli geht bin ich im unschlagbar was ist damit was ich damit meine das wirst du gleich sehen was 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 sie spinnst du bist du bist also also mal ganz kurz ich nehme das ja nebenbei für youtube auf und ich bin jetzt ein bisschen verwirrt weil man chat anfängt gerade total zu übertreiben und ich gerade 5000 bits hier reingehauen bekommen habe und ich gerade echt ein bisschen perplex bin ich bin gerade echt ich kann das nicht ich kann das gerade nicht glauben ich bin gerade ein bisschen sprachlos sorry dass das jetzt mit aufgenommen ist das das ist das ist wahnsinn ja vielen lieben dank ich bin gerade ich bin echt perfekt hey kc jetzt ist aber gut conny braucht noch ein weihnachtsgeschenk denkt dran ok das klären wir morgen mal dead by daylight nochmal wir machen jetzt den ersten und ist das ok für euch ja was ich damit meine das wirst du gleich sehen keine angst du packst das bestimmt auch du bist schließlich meine rivale ich kann das nicht glauben du kannst dich in einem arena steinung versuchen so oft du willst damit wollen sie wohl auch testen wie stark euer wille ist auf der liga karte der arena leiter findet man interessante anekdoten was wo sind die liga karten wo sind die liga karten der arena leiter wo ist denn die anekdote bereits im zarten alter von zehn jahren verbrachte er das kunststück leicht bei seinen erster teilnahme den champ cup zu gewinnen an der seite seines partners glurak hat er seitdem wieder weder in offiziellen kämpfen noch in schaukämpfen eine niederlage hinnehmen müssen als der ungeschlagene champ ist er das leuchtende vorbild zahlreicher trainer seinem schlechten sinn für orientierung tappt er dafür oft im dunkel sein motto lautet it's champ time hopp der pokémon trainer hopp erhielt einen empfehlungsbrief von seinem bruder dem champ delion nach eigenen angaben analysiert er jedes einzelne match seines bruders ausgiebig das heißt daher dass er als trainer großes talent an den tag liege laut delion hat hopp viel potenzial neigt jedoch dazu die ruhe zu verlieren und dadurch sein wissen der praxis nicht gut anzuwenden sein partner voli hilft ihm bei der hausarbeit Jaro ist der sohn einer bauernfamilie da er bereits als kind gemeinsam mit seinem pokémon gearbeitet hat ist er nicht nur körperlich stark sondern wurde auch zu einem talentierten trainer ihm fällt es aufgrund seiner sanftmütigkeit schwer gegen schwächere gegner ernst zu machen weshalb ihm bei der arena challenge die erste arena zugeteilt wurde angeblich verleihen ihm seiner geliebten gummi stiefe eine bessere standfestigkeit nur mein lieblings der joe vielen vielen dank auch dafür ach komm genau ich bin delion der unschlagmacher champ und ich werde hier wieder gewinnen denn es ist champ time so geht das leute hey ich bin spyduin als zeichn unserer freundschaft habe ich hier einen ganz tollen bei für dich fängst du ein pokémon mit einem freundes bei ist es dir gegenüber sofort zutraulich schon faszinierend was so alles in einem bei steckt oder feuerattacken sind gegen pflanzen pokémon sehr effektiv das gehört zum grund wissen du bist doch arena chinger oder wenn du dir den pflanzen ohren schnappst merke ich mir deinen namen aber sonst nicht ich schaffe es einfach nicht mit einem galamalzi zu fangen wenn du uns als würdest du es gegen meinen maulzi tauschen nein warum bist du maximal enttäuscht hast du bist von meiner warum bist du denn von meiner stimme enttäuscht du bist von meiner stimme enttäuscht das ist meine delon stimme und damit kann ich jeden einfach besiegen denn ich bin delon der unschlagbare ähm ich glaube sowieso jetzt auszumündern muss man einfach mal ein bisschen die scheißarbeit machen das ist einfach gesetz ne wir brauchen keine uniformen jetzt bin ich enttäuscht dass du von meiner delon stimme enttäuscht bist kissy jetzt bin ich traurig so er hat ein pflanzer unserer klockenkeit kann noch keine pflanzen attacke das heißt wir haben im moment nur kissy der irgendwas kann ansonsten einfach mal gar nichts ansonsten sind unsere pokémon total scheiße das heißt aber wir machen erstmal wie lusi nach vorne ah ein arena challenger willkommen lass mich dir erstmal den grundsätzlichen ablauf der arena challenge erklären das ziel der arena challenge besteht darin die verschiedenen arena missionen zu bewältigen und die arena leiter zu besiegen von dem arena leiter den du besiegst erhältst du einen von insgesamt 8 arena ohren klingt logisch alles klar möchtest du dich gleich an der arena mission versuchen oh ja natürlich gut dann solltest du erstmal an deine uniform schlüpfen das ist bei arena mission Pflicht nun kann die arena mission beginnen zeig was du drauf hast was kissy ich bin enttäuscht dass du enttäuscht bist genau juri gäbe wenn du ausgelernt hast dann bist du dran dann bist du derjenige der die anderen scheuchen darf leute 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 was what the fuck ist das müssen wir gegen alle wollen nicht kämpfen die mission die der arena leiter von turf wird für challenger vorgesehen hat besteht darin diese bockige volle zu diesen holballen zu zu dieser holballen wand zu treiben ok ich bin nun der schiedsrichter stuart lautet mein name meine augenaufgabe ist es den geregelten ablauf der arena mission zu überwachen und die ergebnisse der kämpfe weiter zu leiten nun denn möge die arena mission beginnen das mit der aufgabe finde ich ja schon ganz cool das finde ich mal das ist okay ich meine das war jetzt nicht gerade schwer aber wurden zeit gemessen so ist ja fast wie auf der arbeit bei mir da treibt man auch ne herde komischer menschen einfach mal nach vorne oder ist ein gegner willkommen in arena challenger willkommen in arena challenger wenn ich mit dir fertig bin suchst du sofort das weite aber nimm es nicht persönlich das ist mein job siehst du juri das hier nur der typ ist wie kissy wahrscheinlich der macht dich fertig aber wenn du ihn aussetzt und schaffst ne dann kannst du stolz sein dann hast du alles überlebt so wir machen einmal den gegenstoß gefühlt ist das auch erst unser fünfter kampf hier im pokémon wir können natürlich jetzt auch einfach mit kissy hier einfach äh hunting schön dass du da bist hunting du hast warte bist du die ganze zeit schon da mit knuddler ach komm für dich mach ich das mal hunting bist du die ganze zeit schon da oder hast du was verpasst äh oder hast du alles verpasst weißt ich kann coolaugen machen hunting hunting du du musst eigentlich mal gucken was hier abgehen dass das ist nicht wahr dass das was hier abgehen ist nicht warte ihr 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 wil danke da danke die jul das was gerade abgeht Vielen vielen lieben Dank Ihr verarscht mich doch oder Ich kann nicht mehr aber Tristan versucht Kopfnuss zu erlernen Wo ist Tristan? Achso ja ich werde auch raus also sorry ich weiß nicht was ich sagen soll Vielen lieben Dank für die ganzen Spenden Ich komm nicht mehr mit Du und deine Pokémon seid eine Einheit so wie es sich für einen Arena-Changer gehört Ja Tristan hat sich bei der Kopfnuss verletzt Alter ich kann nicht mehr Ey Leute ne ohne Witz Oh fuck Was mach ich denn hier? Also ich hatte heute Auf der Arbeit echt nicht den besten Tag Obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert ist Also es ist nicht Nix Schlimmes passiert aber irgendwie so Aber das was hier heute abgeht Damit ja Ich komm nicht mehr klar So wo ist Tristan? Tristan ich will mit dir eine Kopfnuss machen Ja jetzt ist wirklich mal gut Ich möchte hier weiter kommen Leute Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust ein bisschen Frust abzulassen Und ungehemmt ein paar Tacken zum Besten zu geben oder? So ein Knospi Das ist eine Scheibe Eine Scheibe geht kaputt Wie meinst du das denn Conny? Das ist so krass Ich finde einfach Das Volley finde ich echt stark als Pokémon Was? Wow Conny Es tut mir leid Ich fühle mich gerade echt schlecht Ach man Jetzt wirklich gut Leute Sonst muss ich echt die Bits ausstellen Wow Da wird das jawoll die in der Pfanne verrückt Und Meinst du das Kupfer? So, wie lange brauchen wir denn für die Arena? Komm her. Aber ich muss sagen, das hier, das finde ich echt cool hier gemacht. Nein! Aber ich habe es verkackt. So, komm, gegen die kämpfen wir auch noch. Du hast es nicht mehr weit. Bis zum Arenaleiter. Aber freu dich, dich zu früh. Was es als Neues gibt? Ähm. Was gibt es denn Neues? Also, Großneues gibt es nicht. Ich finde, du kannst campen gehen mit dem Pokémon. Das ist neu, wobei es halt mehr so ein kleines Gimmick noch dazu. Ähm. Es gibt mehr Pokémon, wobei es ja auch nichts Neues. Und es gibt ein paar andere Attacken. Also, es gibt nicht so viel krass Neues, muss ich sagen. Ähm. Es ist halt jetzt endlich mal auf eine andere Konsole und von der Welt her schöner oder es ist versucht, schöner gemacht worden zu sein. Ähm. Groß Neues gibt es nichts. Aber, ich überlege gerade. Ne, Groß Neues gibt es nichts. Es ist halt wirklich mal, es wurde halt versucht einfach noch zu verbessern. Die, ähm. Es gibt halt die... Es gab die Mega-Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob es die in Schwarz und Weiß schon gab. Gab es auf jeden Fall X und Y, glaube ich. Und, äh. Hier gibt es halt diese Dynamics-Entwicklung, wo du praktisch mal für einen Kampf so ein riesiges Pokémon sein kannst. Was gefühlt 300 Kilometer hoch ist. Das sieht cool aus. Ist jetzt bisher nicht meine Lieblingsmechanik, aber es sieht cool aus. So, ich glaube, da ist so bisher die Hauptmechanik. Ansonsten ist das Spiel insofern anders, dass du, ähm, richtig krass viele Pokémon fangen kannst am Anfang schon. Also, wir sind schon bei über 50 gefangenen Pokémon. Und das vorm ersten Ohrn. Ähm, wie gesagt, dieser dauerhafte EP-Teiler, den ich eher schlecht als gut finde. Weil es vieles zu einfach macht. Mann, bist du stark. Jetzt darfst du dich freuen. Als nächstes wartet der Arena leid auf dich. Und, ähm. Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass es so krass viel Neues gibt. Ne, aber. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Bisher, finde ich, ist es landschaftlich total schön gemacht. Also, das, finde ich, macht wirklich Spaß, hier durch die Landschaft zu gehen. Ähm, andere Sachen, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Hier gibt es diese Pokémon-Jobs, gibt es hier, wo du praktisch dein Pokémon auswählen kannst, die eine Zeit lang nicht verfügbar sind. Und dafür, ja, hier sagt es einer Firma helfen. Ähm. Ne, also, ich finde, komplett neu, finde ich, ist es bisher nicht. Ja, das kann ich nicht sagen. Es ist halt wirklich, es ist halt einfach ein bisschen anders jetzt. Aufgestylt wurden, wie gesagt, ich finde die Landschaft gefällt mir mega gut. Die anderen Sachen finde ich zum Teil, ja, wie gesagt, ne, so ein bisschen zwiegespalten. Die Naturzone, die es hier gibt, finde ich mega krass. Da gibt es einfach gefühlt jedes Pokémon. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Hier diese Arena-Mission, die ist neu, dass du, ne, du hast ja einen Sonn und Mond, dass du praktisch so Challenges machen musstest, statt Arena-Kämpfe. Aber das hier finde ich richtig cool, dass du so kleine Mini-Aufgaben machen musst, um dann zum Arena zu kommen. Das finde ich richtig cool. Und, dass wir jetzt hier in der Arena sind, das ist wie im Fußballstadion. Kennt ihr das, ne? Ich bin, ihr wisst ja, ne? Ich bin ja schon mal auf einem Stadion. Ihr wisst ja, der Trainer von Borussia Mönchengladbach heißt wie der Präsident hier von der Challenge, ne? Rose. So. Das habe ich, glaube ich, in jedem Stream jetzt schon dreimal gesagt, aber das ist mir egal. Und jetzt, Leute, wir holen uns den ersten Orden. Wir holen uns den ersten Orden. Nacht, Conny, und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Und morgen gibt es dann Dead by Daylight. Wir müssen mal gucken, ne? Wir sind, mal gucken, ob Tristan und Fanny können oder ob du auch dann kommst, ja. Kissy, es ist gut für heute. Es ist gut für heute, Kissy. Nein, Conny, es lässt mich nicht ärgern. Vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf, wenn du wieder da bist und, ähm, bitte fang keinen Stress mit Kissy an. Ich freue mich drauf, wenn du wieder da bist und